Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf meinem Kanal und zwar diesmal mit OlliOlli2, Welcome to Hollywood. Ein Skateboard-Geschicklichkeits-Kurs-Spiel, nix für die Minas, nein, nur an Spaß. Das Spiel kommt heute raus, wenn ich das Video rausbringe, meine ich, ist es schon draußen, wir werden es sehen. Ein Geschicklichkeits-Parcours-Aufgabenspiel und ich kann das Spiel echt nur schlecht. Ich warne gleich vor, bevor die Hater-Kommentare kommen, gibt's das Spiel gar nicht? Ja, stimmt, aber ich bin dran und es reizt mich, es auszuprobieren und zu lernen. Ich zeige euch erstmal ein bisschen das Tutorial. Also, mit A geben wir Gas. Das ist das Lärmste. Mal pushen, 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 fünfmal, ey, abgeschlossen. Das ist einfach nur so ein bisschen die Grundlagen. Dann, einmal nach unten, einmal nach oben, ist eine Landung. Das ist eine schlechte Landung, keine Punkte. Das Gleiche. Das Gleiche. Muss ich Gas geben. Das auch. So, jetzt denkt man sich, warum muss man das in ein Tutorial einbauen? Weil er dann im nächsten Schritt nämlich erklärt, wie man richtig landet. Und zwar, wenn man kurz vorm Boden den Knopf noch drückt, also kurz vor der Landung A drückt, dann landet er gut. Ich kann gleich sagen, im Schild und Spiel gelingt mir eine Landung passabel nicht perfekt. Also, manchmal überhaupt nicht. Und ich verstehe auch nicht, ob ich da zu hektisch drücke oder allgemein zu früh, warum man manchmal nicht landet. Also, wir haben die Landung abgeschlossen. Kriegen so Punkte. Jetzt geht es ums Grinden. Also, über die Kante rutschen mit dem Board. Nach unten halten. Nach oben. Landen. Gas geben. Auf der Kante landen. Abspringen. Und nicht gelandet. Das gibt keine Punkte. Das wäre jetzt im späteren Spiel blöd. Also, muss immer kurz vor knapp, muss man den Knopf drücken. Sonst landet man nicht super. So, jetzt gibt es hier noch einen Trick. Also, es gibt hunderte von Tricks. Es ist ja ein Skateboard-Spiel. Nämlich den Stick nach unten und nach rechts hoch schnicken. Landen. Und zu. Perfekt. Auch abgeschlossen. So, das sind jetzt aber nur die Grundlagen. Jetzt geht es ins Hauptspiel rein. Also, ihr könnt hier auch tägliche Tricks machen, wie so ein Daily Quest oder so. Stelle ich mir das Ganze vor. Wir gehen mal in die Amateur-Level rein. Da gibt es verschiedene Sachen, die man erreichen kann pro Level. Das müsst ihr nicht direkt in einem Level machen, sondern ihr könnt auch nach und nach praktisch euch die Sterne holen für die Level. Finde ich ganz gut. Wir gehen einfach mal rein, skate ein bisschen und verzweifeln. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich meine, richtig gedrückt zu haben. Oh, die schönen Punkte. Das war dumm. Das habe ich den... Da bin ich aus dem Level raus. Ich habe die Herausforderung abgeschlossen. Das ist ganz passabel. Also, ich habe es geschafft, fünf Kombos zu machen. Der perfekte Landing. So, jetzt können wir noch einen Kickflip landen. Also, wir gehen in die Trickpedia rein, gucken uns, was ist ein Kickflip. Nämlich den Stick nach rechts drücken. Okay, wir skaten. Ups, das war nichts. Dumm. Da verstehe ich halt nicht, warum man da manchmal... Das kostet mich so viele Punkte, weil wenn ich so eine schöne Combo mache und das Ding aber nicht lande... Dann fülle ich die Punkte. Ich muss mich gerade mal konzentrieren, weil ich dachte... Hallo Zuschauer, 10.000 Punkte. Yeah! Also, die Kickflips haben wir geschafft. Level ohne schwache Landung abschließen. Können wir noch mal probieren. Wir probieren mal, das Level ohne schwache Landung abzuschließen. Ja! Da können wir gerade neu starten, denn das war eine schwache Landung. Und da verstehe ich manchmal nicht, warum er das macht. Okay, wir fahren jetzt einfach durch, um diesen Punkt zu schaffen. Okay, wir müssen einmal grinden. Und dann verstehe ich es halt nicht. Warum habe ich diese Landung nicht hinbekommen? Habe ich zu früh gedrückt? Habe ich zu spät gedrückt? Könnt ihr mal wahrscheinlich auch nicht beantworten, weil ihr seht ja nicht, was ich auf Controller drücke. Deswegen muss ich jetzt neu starten und versuchen, die perfekte Landung hinzubekommen. Da! Warum? Warum? Unsauber. Okay, das war keine schwache Landung. Nein, nein, nein. Das war... Du hast ein bisschen... Okay, okay, okay. Also, ich denke, ihr versteht das Prinzip. Wir gehen mal einfach mal hier durch und machen das nächste Level gleich. Nein, nein, die schönen Punkte. Nein, nein, die schönen Punkte. Oh, das war dumm. Naja, 15.000 Punkte. Komm, wir gehen ins nächste Level. Komm, haben wir freigeschaltet. Also, jetzt gibt es hier neue Aufgaben. 40.000 Punkte schaffen. Ein 8-fach-Kombo. Ein Tailslide-Grinden und ein Perfekt-Grind-Schaffen. Wow, was ist ein Tailslide? Wir gucken uns das an. Ein Tailslide ist nach oben halten. Okay. Und los geht's. Oh. Okay, hat der schon mal gut begonnen. Das verstehe ich nicht. Warum lande ich manchmal so scheiße? Oh, no, auf die Treppe. Okay, nochmal. Und das ist das, was mich fuchst, ja. Ich habe schon eine halbe Stunde gespielt und manchmal kriege ich die Dinger... Das fängt schon scheiße an. Manchmal kriege ich die Dinger echt gut hin. Und dann das hier, ja. Dann versauere ich es, weil ich praktisch die Landung nicht schaffe. Man kriegt schöne Kombos hin, alles gut. Oder zumindest für meine Felsen schöne Kombos. Und dann landet man schwach und versaut sich die Punkte. Nein, 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 nein. Genau das. Es reizt mich aber. Es reizt mich aber. Auch wenn ich das Spiel nicht kann. Ihr wisst das ja. Reizt mich doch irgendwie da ranzubleiben und das irgendwie zu schaffen. Und dann sind solche Momente, wenn es Rot anzeigt... Boah, perfekt. Konzentration. Nein, nein. Es sah so gut aus. Mann, Minyas. Oh, fuck. Gas geben. Och, Minyas. Das ist... Jetzt habe ich zu früh gedrückt. Jetzt habe ich es gemerkt. Und das habe ich nicht gemerkt, warum es so weit ist. Jetzt merke ich überhaupt nichts mehr. Jetzt bin ich im Krankenhaus. Okay, wir müssen aber jetzt ein paar Punkte schaffen, um noch ins nächste Level zu kommen. Nein! Okay, noch einmal Gas. Pff, erschöpft vor der Rail gefallen. Oh mein Gott, Minyas. Naja. Also ihr merkt schon, ich kann das Spiel nicht wirklich. Aber... Ich würde es gerne beherrschen. Und das heißt üben. Oh Mann, aber... Okay. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das langt nämlich nicht. Okay, okay, wir fahren. Okay, gestanden. Oh nein! Die Punkte nehmen wir mit. Abgeschlossen. 40.000 Punkte. Yeah! The Path of Whispers. Und wir sind im nächsten Level. Also wir könnten jetzt noch versuchen, zwei Tailside Grinds zu schaffen. Jetzt muss ich noch mal kurz in die Dings gucken. Das würde ich gerne noch mal probieren. Tailslide. Tailslide. Das war nach oben. Okay, wir probieren es aber noch mal. Also wir grinden und drücken nach oben. Nein! Nein! Das sind die schönen Punkte. Ist auch ein anderes Level. Fällt mir grad mal auf. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir sind doch im Falschen. Moment, wir gehen noch mal zurück. Ich will noch mal in Level 2. Ich will doch diese Tailside. Tail? Grind? Nein, egal. Ihr wisst, was ich meine. Oh! Aber wir haben die Herausforderung. Wir haben uns jetzt zwar nicht gestanden, aber das interessiert das Spiel nicht. Okay. Jetzt haben wir es aber, ne? Ein 8-Frag-Kombo mit mindestens einer passablen Landung. Auf allen Grind-Markierungen grinden und das Level abschließen. Okay. Also wir müssen überall auf allen Möglichkeiten grinden. Probieren wir mal. Fängt schon gut an. Oh, Mist. Das war es schon. Ähm, wir probieren es nochmal. Da ist an der Ehrgeiz gepackt, dass man... Dass man das einigermaßen hinbekommt. Warum? Warum? Oh, sowas frustet. Dann verstehe ich immer nicht, warum landet der nicht? Das meine ich. Warum? Okay. So schließt man das Level auf jeden Fall nicht ab. Da verstehe ich manchmal nicht, warum er das halt manchmal nicht macht. Unsauber. Ach so. Okay. Lehne ich mich da zurück? Oder... Das ist die Frage für mich. In diesem Moment weiß ich immer nicht, warum steht er dann diesen Trick nicht. Also als würde er sich praktisch zurücklehnen. Jetzt geht's. Ich sag, das Stolper ist kaputt. Oh, auf die Treppe aufgeschlagen. Oh mein Gott. Okay, wir machen nochmal im nächsten Level weiter. Wir schauen da nochmal rein, was da noch so geht. Da sind ja noch hunderte von Levels. Also wenn ich jetzt hier... Oh. Oh, die schönen Punkte. Okay, wir starten nochmal. Sind noch hunderte von Levels. Wenn ich jetzt hier schon so rumfäle, muss ich echt noch hart üben. Das verstehe ich nicht. Warum steht der manchmal nicht? Also bestimmt wird die Taste kaputt. Also ich denke, am Controller muss die Taste kaputt sein. Sonst kann das ja gar nicht anders sein. Und manchmal läuft's so. Und dann denkst du, ja, jetzt läuft's. Wie eben. Und Konzentration und... Ja. Na, warum die nicht gestanden? Da hätte ich gerne die Energie gehabt, um hier diesen schönen Grind noch über die... Naja, immerhin zum Abschluss nochmal ein paar Punkte. Hey, danke, 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 danke. Jetzt können wir ins nächste Level gehen. Oder wir probieren noch einmal. Jetzt reizt mich. Ich muss noch einmal. Aber das als Let's Play. Ich finde, in so einem Livestream, da kann man sich dann schön so fail, back at the hospital. Oh, komm, nochmal ein Schlag. Noch eine schöne Runde für den Abschluss dieses kleines Angezocktes. Würde mich freuen. Okay. Komm, einmal noch. Jetzt ziehen wir's durch bis zum Ende. Oh, nicht gestanden. Oh, es tut mir leid, Leute. Geht nach Hause. Ihr könnt euer Geld wieder haben. Also, ihr seht, worauf's hinausläuft. Olli, Olli, ein Geschicklichkeits... Geschicklichkeits... Was weiß ich, spiel. Wir schauen einfach hier nochmal ins nächste Level rein. Aber ich mag die Musik. Café Del Mar habe ich früher ganz oft... Oh, warum steht er die nicht? Ganz viel gehört. Ich hoffe, hier ist keine GEMA-Musik drauf, die mir jetzt irgendwie... Oh. ...eine Strich durch die Rechnung macht. Nooo. Habe ich das jetzt nicht... Habe ich das jetzt... Doch, ich habe 29.000 Punkte. Immerhin. Drei Perfect Trients geschafft. Also, ihr seht, man kommt rein und man will das besser machen pro Level. Und man kann sich ja auch verbessern, wenn man nicht Minas heißt. Weil man... Warum stehe ich die nicht? Nein, die schönen Punkte mit Minas. Du Assi, das gibt's doch gar nicht. Oh. Oh, noch gestanden. Nicht gestanden, aber egal. Oh, was war das? Was hat mich aufgehalten? Die Palme hat mich aufgehalten. Ah, Jungs und Mädels da draußen. Olli Olli 2, Welcome to Hollywood. Ein Spiel, was ich bestimmt das ein oder andere nochmal anmachen werde. Weil es reizt doch, dann irgendwie besser zu werden und das Ganze zu beherrschen. Wenn euch dieser kleine Ersteindruck gefallen hat, auch wenn ich das hier nicht perfekt präsentieren konnte, weil ich es nicht so gut drauf habe, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gerade wenn es euch nicht gefallen hat, dann würde ich mich mal interessieren, warum? Spielt ihr selber solche Spiele? Habt ihr Olli Olli 1 gespielt? Ich weiß nicht. Ich denke, ich werde es im Livestream nochmal anzocken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.